Rösti, Kartoffelpuffer, Chips, Pommes frites, Salzkartoffeln, Püree, Wodka, Kroketten. Wie mögen Sie denn Ihre Kartoffeln am liebsten, Frau Tretter? Einfach in Öl gebraten im Rohr. Jetzt ist ja gerade Kartoffelzeit oder wann ist die beste Zeit zum Ernten? Ab September, wenn dann die richtig gescheiten Lagersorten kommen, die dann quasi über Herbst, Winter eingelagert sind. Da schmecken sie auch am intensivsten. Das sprechen Sie schon das Thema Lagerung an. Wie lagere ich denn am besten daheim Kartoffeln, wenn ich sie bei Ihnen am Markt gekauft habe? Tja, am besten in der Papiertüte drin lassen und kühl und trocken, was aber für die meisten nicht möglich ist. Weil keiner hat mehr einen Keller, wo man sie nicht einlagern kann oder eine Speisekammer, wo man sie ein paar Tage einlagern kann. Deswegen immer kleine Mengen kaufen und lieber frisch. Wenn jetzt zum Beispiel noch Erde an den Kartoffeln dran ist, sollte man die weg machen oder dran lassen? Dran lassen, weil sonst kriegen sie zu viel Licht und werden grün. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.